Hier war's, ja hier war's, hier war's, hier war's, hier war's, Dave, da erst mal, Togman wechseln, ich hab gesehen, dass es mit Taubers beginnt, hm, Witzcobers, genau, Witzcobers, genau, Witzcobers, ja, aber wenn ich auf Status gehe und nicht auf Tausch, ja, natürlich, so, der, der spart mich auch noch sehen, aber, hey, danach kann ich wenigstens gegen Blau kämpfen, ja, ich lebe nochmal die lange Sprechtheit nicht mehr, Traumato, was er, ah, Traumato kann er händen, der, let's go, niemals, der Name war nein, Ja, nimm mal ein Pokémon, let's go, Tachoe-Ruji. Sind wir ziemlich sicher, dass ich die Pokémon nach dem Pokémon Cloudus, der auf, äh, Pokémon Sonne und Mond oder Rücken Sonne und Mond übertrage, ne, und, ähm, die dann alle halt, ähm, auf Pokémon Bank speichere. Slimer. Äh, Simsaler. Rufen, Simsaler. Rufen, Mhہ, Mh Słysthaler. Wir wollen ja kein Unnötig, kein, japeir Bernardin unnötig versaatle�� und so, ne? Puhh! Ich glaub das ist beim siebten Stock, wo man sich heilen kann. Da musst du noch besser zum Heilen. Machollo. Oh Level 52. Oh, Reflectloss, nice. Ja, kann aber nur ein bestimmter Adler anhalten. Anpacken lernen, blablabla, blablabla, ja. Ich werd den Schaufler vergessen lassen. Aber ich glaub das ist sogar nur für die Elektro-Ariener reingemacht. Und die Elektro-Ariener, ne. Ist jetzt hundert Jahre her und so. Und als ich ihm das beigebracht hab, ne. Da war man schon mal so gesehen wie das war dann 16 und so, ne. Bis hier alles. Hoffentlich. Also der Wagen. Wow, das ist ja Waluigi. Hallo Waluigi. Uua, ich bin nicht ein Schmech. Ich weiß, Waluigi. Oh, das ist doch nicht der Tuch. Achso, ja, aber wir sind beim Heiltraum. So anscheinns. Ja, wir müssen jetzt kurz mit der Dame reden. Mit dir halt und verbunden. Ja, komm gut, ich gut saug's. Ja, danke. Gib nicht auf. Oh, keine Sorge, keine Sorge. Also sagen kannst du ruhig auch. Aber äh, darum geht's jetzt nicht. Keine Sorge. Ich geb schon nicht auf. Auch wenn das Spiel scheiße ist. Ich geb schon nicht auf. Keine Sorge. Wenn meine Fans durch, äh, mich hier durchgrillen. Hier und hier was. Was hat dich aufgehalten, ey? Rot. Ähm, hier würde ich auch einen schönen guten Tag. Blau. Warte, wann haben... Ist okay, beim Turm. Warte, ist das mal, wo man... Hahaha, ich wusste das. Alter, wusste. Jetzt mal nochmal nachschauen. Trigger hat mich vertraut, ne? Oder? Oder ist das normal? Oder ist das normal? Okay. Guck mal wieder auf... Was ist denn überhaupt grammatikal korrekt? Was ist denn überhaupt grammatikal korrekt? So, hier wieder schön... Foto machen. Davon kann ich das als hier auf Instagram... Wirklichen. So. Ich wusste, dass du hier... Würdest hier vorbeikommen. Gutes Deutsch auf jeden Fall. Ich schätze, dass die Rocket hat dir ganz schön zugesetzt. Ich habe dich in der Frone City gesehen und habe mich gefragt, ob du... Dass du besser geworden bist. Bist du seitdem besser geworden, Junge? Also, ich habe... Gefühlt Jahrhunderte lang trainiert. Tau-Boss. Ja, na klar. Ich glaube, dass du in jedem Kapitel... Tau-Boss einfach außer im Champ-Kampf oder so. Ja, Achtung, Spoiler, er ist der... Champ und Giovanni ist der Achtarina Leiter, ne? Jupp, ist... Aber ich glaube, das weiß eh jeder nach 20 Jahren. Wo ich... Brauche ich aber, weil der Champion Puken und Let's Go wird. Ja... Uh... Ja, okay. Dumpen Wasserflugpuken gegen Elektropuken reinzuschicken, ne? Blau. Der Dönerblitz, der kommt dann. Und rüstet bis da durch. Ja, wenn der Tag jetzt zu Ende geht, will ich den Kampf hier noch werden, okay? Ich werde dann sicher auch, äh, zum Pokon Center oder so zurückkehren. Wird dann ein paar Items verkaufen und ablegen, ne? Ich werde versuchen, Doppelkick zu lernen. Ne, lass mal, brauche ich nicht. Ne, brauche ich nicht, ehrlich gesagt. Ist ne schlechte Attacke und er lernt sie auf Level 42. Naja, er lernt leider Racket dann auf Level äh, 53 oder so. Kanu. Kanu. Tuk Tuk. Tuk Tuk. Noch Blitz dafür äußern. Die Attacke ist, äh, aus dem Typ. So, im Bild, wenn du dann, wenn du den Simsala ok. Du, Simsala nehm ich mal Taubus. Weil, das Ding hat keine gute Phisische Verteidigung. Die Spezielle, sehr gut, weil, es wird hier angefutscht, bis der Phisische Verteidigung einstecken. Ja, ne? Aber, sowas wird keine gute Phisische Verteidigung. Ja, Aussetzer geht leider nicht. Ich glaube, okay. Interessant, dass Tauro schneller ist als Dinser da. Wokzuki. Wokzuki ist in diesem Spiel eigentlich noch voll okay, muss ich sagen. Ich meine, im schweren Spiel wurde die Attacke über Scheife. Okay, Tauro ist jetzt auf Level 41. Und genau jetzt muss Tauro noch wieder Pokémon Weiß hochladen, ne? Irgendwann ist einer Royal, der hat sicher... Ich glaube, irgend so ein Event geblieben ist. Ich habe gerade nicht gesehen, was das Pokémon ist. Aber da sind sie alle... Nimm mal Knudel-Lust. Knudel-Lust hat manchmal... Alter, wie gesagt, Floor! Hääääh, wer ist das denn gewesen? Na komm, schluss das auf. Komm, ich glaub an dich! Mega lieb! Tauro, ich werd noch verfinischt. Hoch machen. Ich weiß, er wird dann nochmal Kippsbruder einkommen, weil er tut erst nach meinem Zug, ähm... Na zack, er will sich zum Wetter und vielleicht Kippsbruder machen, aber ey... Ne, er macht trotzdem Ranken. Ich weiß gar nicht. Du bist doch eigentlich, dieser Floor. Fliegen, das kostierst du. So, dann ist das, du besiegt und der Teile ist doch nicht was Neues. Krass. Schon wieder das mit dem Mess, mit dem scharfen Mess. als nächstes schreiben sie muss mit einem scharfen ist halt die fresse pkmm liga ja stimmt haben sie noch hoch und abgekürzt top 4 ja nur auf das ein kopf doch zu sagen die glückrot trinke schön deine pokémon bis zum nächsten mal und denkt haben wir das hat gefeiert gibt einen daumen hoch wenn ich dann nach unten